Hallo liebe Zuschauer, die Winat, die kennt ihr ja schon von den vorigen Filmen und ich habe ja auch in den Filmen angekündigt, dass sich da einiges bei mir im Kanal ändert bzw. bereichert wird. Ich habe mit ihr darüber gesprochen und sie hat sich sofort bereit erklärt, zwei Sparten zu übernehmen. Das ist einmal das, ja, hier diese Beilagen, sag ich mal, für das thailändische Essen. Hier in diesen Setzlingen oder Setzkästen, ich weiß nicht mal wie es heißt jetzt, hochzuziehen, aber auch im Garten. Also für den Eigengebrauch, damit ist auch verbunden, was sie anbieten wollte, diese, ich habe also jetzt mehrere davon gemacht, am Ende des Films, da seht ihr auch die Nummern dazu. Die kann man denn anschließend bei der Winant bestellen per E-Mail, die E-Mail-Adresse wird dann auch eingeblendet. Den Preis dazu wissen wir noch nicht, wenn der Film rauskommt, dann wird dann also auch der Preis dazu gegeben und dann muss jetzt nur noch das Porto berechnet werden. So, das ist die Kale. You can make a lot of thing with it, you can make a soup, stir fry with oyster sauce, let's hope that they grow up. This one is the eggplant, today I bring is the Thai eggplant, not the white one, but the green one. You can cook with the Thai green curry and eat, yeah, just eat with a salad, whatever. Thai people do it. This is also, also the same. This is Chinese, Chinese cabbage. Cabbage. And if it's true, the viewer can order. Yes, if you like, you can order for me, but at the moment we don't know how much the price, we'll let you know later in the, in the link. You can order for those who live in Germany, who live here in Thailand, they can order for all of them to buy them. You explain, you explain it also. And also cucumber. Oh, okay. This is cucumber. This one is pak choi. They're for pak choi. Pak choi. You can eat with mugata, this one. This one coriander. Koriander. Koriander. You can eat with a lot. Make with a soup. It's very good. For Thai people. Yeah, we know now not exactly what it is about here, what it is about, so it grows properly. That's what we will now bring in the process of the video. We will now bring in the next week a look at how it looks like here in the set boxes, but also in the garden. Can you say it also in Thai for the girls in Germany? Oh. They have to pay for shipping. Yeah. Also die Portokosten, die hängen ja davon ab, wie schwer das Paket ist, wenn einer mehrere davon bestellt, aber da seid ihr ja im E-Mail-Kontakt mit der Winat und dann werden wir das abwiegen und dann gucke ich dann, wie viel das Portokostet, aber das ist gar nicht so teuer, weil das mit Briefumschlag verschickt wird, das ist also kein Päckchen. Ja, mit was möchtest du starten, where you want to start? Start, put the dirt in here and put the seed in, that's it, yeah, it should be open, this one we buy from. Wir haben also hier die Erde jetzt hier vom Baumarkt gekauft, das ist also auch, ja in Deutschland kann man das ja auch da kaufen, das ist also kein Problem, ja das ist neu für ihr. Ja, sie hat also schon im Garten angefangen, vielleicht diejenigen, die sich die alten Filme angesehen haben mit meiner Ex-Freundin, da hat es ja gar nicht geklappt mit den Tomaten. Sie hat jetzt ein paar Samen außen und innen reingetan zum Testen, ob es da unterschiedlich angeht, das wird er auch gleich sehen, es ist unterschiedlich angegangen. Das mit den Tomaten hat ja gar nicht geklappt, wahrscheinlich ist die Erde gar nicht dafür gedacht gewesen. Wir haben auch diesmal gar keine Tomaten ausgesucht, das sind also nur die Beilagen, die man also jetzt braucht für thailändische Gerichte, die wir jetzt hier anpflanzen. Damit fangen wir jetzt mal an. Stir fry with oyster sauce, with all kinds of things, or meat, chicken, whatever you like, with oyster sauce is very good, also with soup. Also ich habe sie gerade gefragt, ob wir jetzt hier noch ein Bild dazu bringen, wie das fertige Gericht eben halt aussieht und auch mit dem Namen benannt ist, dann hat man so eine bessere Übersicht. Wir können es kochen, wir können es kochen, bis wir nicht kochen. Wir kaufen es und kochen. Ja. Bevor es kochen ab. Ja. Also sie hat gerade auch schon gesagt, wir können schon anfangen zu kochen beim nächsten Mal, dann gehen wir das vom Markt holen, wie es fertig ist. Aber wir haben hier eigenständig hier unseres, das ist ja gedacht für euch zu Hause in Deutschland, für auf dem Balkon das, ja, aufzuziehen, damit man die richtigen Zutaten hat für die Gerichte. Anybody have any advice, please comment on the link. We are new. We are new to do this. You know? Ja, also ihr könnt da ruhig Kommentare zugeben, vielleicht hat der eine oder andere schon Erfahrung diesbezüglich und kann da einen guten Rat zugeben bei den Kommentaren. Das klappt ja eigentlich ganz gut in meinem Kanal, dass sich die Community untereinander hilft. Ich kann mir vorstellen, dass die thailändischen Frauen in Deutschland sehr gerne auch zu was selber machen wollen. Und nicht nur im Restaurant die fertigen Gerichte bekommt. Ja, you can help. Ja. Meine Zuschauer wissen, das ist nicht so für mich. My viewers know, that is not so my case. Me too. You put the phone over there. Me too. This is just a hobby. Because now I moved to Samui. The vegetable was so expensive here. Ja, als er sagt, also Unterschied zu Udo und Tani ist enorm, dass das also so teuer ist. Hier. My finger. Yeah. Pick the kill. No, ich nehm den Stück hier weg. We are very, we are not professional, so you do everything what we have. You have the fingers, so you do your finger. Cut this one. You have to take out for me, one by one. Normally I just put in the ground, at my home. Okay, one, go one. Enough. Yeah. That's a lot. We have so few, ach du je. That's the first time for you. Yes. Normally I just dig the ground and just throw in the ground. Let the nature working. Never do this, like this before. Also, sie sagt gerade, sie hat das also normalerweise direkt in den Garten reingetan. Hat sie ja auch da hinten auch schon mit angefangen. Ja, wir können gleich nochmal zum Baumarkt fahren. Dann kaufen wir nochmal solche Kästen. Wie gesagt, 18 Watt kosten die hier. Ja, ich würde mal sagen, das ist der Anfang von vielem Grünen, was da auf uns zukommt. Hope is grow, hope is grow. So, die bringen wir jetzt in den Garten rein, dann werden wir die bewässern. Und dann gucken wir uns das andere an, was die Wiener da schon vorbereitet hat. Okay. Einige meiner Zuschauer, die also schon länger dabei sind, die kennen den Garten. Meine vorige Freundin Pitti hatte den damals angelegt. Hatte auch in den vorigen drei, hat er also auch funktioniert. Aber mit den Tomaten nicht. So, jetzt muss das natürlich bewässert werden, das Ganze. Und jetzt brauchen wir nur zu warten. Wir haben das jetzt hier in einem Halbschatten reingestellt. Can you bring the soy over there? Make up over here for me. I can go upstairs and go get the onion linter. Sie geht jetzt noch Garlick, Knoblauch geht sie jetzt noch holen. Und da habe ich gesehen, hat sie gestern auf dem Markt gekauft und in Wasser reingetan. Wahrscheinlich, damit die jetzt anfangen zu sprießen. Und die wird sie, die Zwiebeln, wird sie jetzt hier reinsetzen. Die Erde haben wir damals auch aus dem Baumarkt geholt. Da wächst es schon. Da waren ja die Tomaten drin. Da ist ja nichts richtig angegangen. Zeige ich euch mal. Die kleinen Pflänzchen, die sind jetzt, ich glaube, drei Tage drin. Sind eigentlich super angegangen. Hier hat sie noch welche reingesetzt, in den Blumentöpfen. Das sind Bohnen, so viele, die ich mitbekommen habe. Das ist ja hier an dem Klettergerüst. Da sollen die ja hoch ranken. Hier draußen hat sie auch mal einen reingesetzt. Die sind aber nicht so in die Pötte gekommen. Hier drüben sieht man sehr gut den Unterschied, wenn man vernünftige Erde nimmt. Dann geht es auch ein bisschen schneller. Ja, wir haben auch noch neue Erde besorgt. Die wollten sie ja also da drunter mixen noch. Bei den kleinen Zaun, den mussten wir machen, weil sonst immer Djem da drin hing. Was wir oder ich festgestellt hatte beim letzten Mal, wir hatten da Eierschalen reingetan, als Düngerersatz quasi. Das war aber gar nicht so gut. Nämlich am anderen Tag hatten wir hier eine Schlange in den Eiern sitzen. Die ist wohl von dem Geruch angelockt worden. Das war eine Rattenschlange. Die konnte ich dann erfolgreich beseitigen in den Dschungel. Onion, Lente. Onion, Lente. Onion. Onion. Da muss ich mich gerade daran erinnern, in den 60er Jahren, ich bin ja 54er Baujahr, in den 60er Jahren hatte man noch einen Garten zu Hause. Da haben meine Eltern auch Zwiebeln angepflanzt, alles so, was man zum Essen braucht. Kennt man heute gar nicht mehr, da wird der Rasen angelegt. Aber wahrscheinlich kommt mal wieder die Zeit, dass man sich darauf besinnt und den älteren Leuten mal zuhört, wie man selber zu Hause, ja, Essen im Garten heranzieht. Wir hatten auch damals Kaninchen gehabt, für den Selbstverzehr, ist heute fast unmöglich. Wir sind eben halt anders auferzogen worden, da waren das Schlachtkaninchen, die hatten auch keine Namen. Und die kamen dann irgendwann mal auf den Teller. Und wie es jetzt in Deutschland vorangeht, sehe ich das schon ankommen, dass man wieder in die Zeiten zurückkommt. Und hier ist es was ganz normal in Thailand, Selbstversorger zu sein. Ja, jetzt habt ihr mal so einen kleinen Überblick bekommen, was wir vorhaben. Das wird dann also einmal in der Woche wird der Garten mal gezeigt, wie es da herangeht, was da wächst. Und wie gesagt, die ganzen Samen, die wir da in den Kästen reingetan haben, werden wir unter dem Film benennen. Ende des Films werden die nochmal gezeigt mit einer Nummer. Und dann kann man unter dem Film die Nummer finden und dann auch, wie viel das kostet, wenn wir das hier besorgen. So, da kümmert sich jetzt die Wienand drum. Thank you, Wienand. Thank you. Thank you for watching. If you like, keep the thumb up. Click like. Ta chob Gott lei hei na, naka. Fag Gott lei hei na, naka. Läu ma ma wang kann, wa man je kün. Ma wang kann, wa man je kün, naka. Gubhack, ti samui, naka. Okay, bye. Okay, tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.